In diesem Video möchte ich euch schnell in ein Projekt von mir mit reinnehmen, wo ich versucht habe für meine Mutter ein MacBook zu kaufen, was einfach schon diese Unibody Design hat, also das neue Design, wo Mabarix drauf läuft und das fließend und das relativ günstig. Und ich habe gesehen, das günstigste ist jetzt im Jahr 2013, Dezember, dass man mal ins Jahr 2008 zurückschaut und da gab es nämlich eine MacBook-Generation, die genau diese selbe Gehäusefabrikation hat, die auch noch in den aktuellen 2013er MacBook Pros verwendet wird. Denn Apple hat damals einen Schritt gemacht, dass sie von dem MacBook, was eigentlich immer aus Kunststoff gefertigt wurde, ein Premium-Modell, nämlich das MacBook Unibody oder Aluminium Unibody herausgebracht haben, was durchaus schon mit diesem neuen Design sozusagen nach Hause kam. Dieses MacBook, schauen wir mal an, hat ursprünglich folgende Bezeichnung gehabt, das ist nämlich dein MacBook MB467DA, hat 2,4 GHz, 2x1 GB RAM und 250 GB im Prinzip. Und dieses MacBook kauft man sich bei eBay, also MacBook 2008 Unibody muss man da suchen, vergesst nicht, dass ihr wirklich darauf achtet, dass es nur ein MacBook ist, also das Pro hat da nichts zu suchen. Und dann bekommt ihr so ein formvollendetes Gerät, was wirklich schon einiges hermacht. Vom Außen oder auf den ersten Blick würde man sagen, oh das ist ja wie das aktuelle MacBook Pro und das stimmt auch, also es gibt wenig Unterschiede, also das einzige Unterschied, das hat zum Beispiel keine Hintergrundbeleuchtung. Hier an dem Display sieht man nur das MacBook Zeichen und von der Seite ist es so, dass man keinen SD-Karten-Slot hat, man hat noch sogar so einen Kensington-Log, man hat in Audio Aus- und Eingang, der separat getrennt ist, hier die zwei. Man hat auf der einen Seite im Display-Port-Einschluss zweimal USB-Netzwerk und man hat sogar auch schon hier diese Status-LED-Anzeige. Auf der anderen Seite noch ein DVD-Laufwerk oder DVD-Brenner und vorne ein kleiner Schlitz für die Infrarot-Fermitier. Wenn man das Ganze umdreht, dann kommen wir jetzt auch zu meinen Veränderungen oder zu meinen Dingen, die man doch noch mit reinstecken muss. Da sieht man nochmal einen ganz großen Unterschied zu dem aktuellen MacBook Pro, nämlich der Akku ist noch direkt austauschbar, aber das ist auch wiederum sehr schön gelöst, nämlich hier gibt es so einen Klappmechanismus, der auch einen sehr hochwertigen Eindruck macht. Und schon kann ich es öffnen und den Akku direkt rausnehmen und austauschen. Das erwähne ich gleich nochmal, wieso das eigentlich eine sehr gute Sache ist, dass sowas möglich ist. Ebenfalls ist dann auch die Festplatte direkt austauschbar, ohne dass man da groß noch was anderes aufmachen muss. Das einzige, was ist, ist, dass der RAM-Speicher dann doch hinter dieser anderen Rückplatte gelegen ist. Da muss man ein paar Schrauben lösen. So, kommen wir mal zu den preislichen Faktoren. Ich habe dieses MacBook 2013 im Dezember bei Ebay gebraucht gekauft, mit einem älteren Akku und einer normalen herkömmlichen Festplatte. Kostenpunkt ca. 300 Euro. 300 Euro muss man bedenken, dass das weiterhin ein Gerät war, was schon eine größere Festplatte hat. Also es hatte 320 GB statt standardmäßig 250 GB und man hatte 4 GB RAM anstatt 2 GB RAM. Also hier hat der Vornutzer schon was gemacht. Der Akku war runter und somit habe ich ca. für 40, 50 Euro nochmal einen Original-Apple-Akku gekauft für das MacBook, der aber schon gebraucht war. Also ich habe nur 170 Ladezyklen. Das ist ein guter gebrauchter Zustand. Der ursprüngliche Akku, der hier schon durch war, hatte 1000 Ladezyklen. Aber das Interessante ist, selbst der 1000 Ladezyklen-Akku hat noch 1 Stunde und 15 Minuten gehalten. Er ist also bei Weitem noch nicht durch, obwohl man sagen muss, hey, 1000 Mal, da ist das Gerät durchaus oft genutzt worden. Weiterhin habe ich noch eine SSD reingesteckt, 120 GB von Crucial, eine M4 für ca. 50 Euro. Und jetzt starten wir das Gerät mal. Und das geht jetzt los. Wir sind jetzt bei 4 Minuten 39. Mal sehen, wie lange der braucht zum Hochfahren. Achso, ich habe hier noch den Ruhezustand aktiviert gehabt. Deswegen lädt der jetzt alles, was er noch brauchte, aus dem RAM heraus. Aber insgesamt muss man sagen, durch dieses Upgrade mit der SSD hat man echt wieder eine schöne Arbeitsweise. So, also wir sehen hier den Rechner, wie schnell hier alles sich öffnet. Und da läuft auch das aktuelle Mavarex ohne Probleme drauf. Mein Internet ist jetzt ein bisschen langsam heute. Ich habe leider nur einen UMTS-Stick und dementsprechend geht das nur so jetzt. Aber insgesamt, alles in allem, muss ich sagen, dass ich für am Ende 400 Euro einen schönen Rechner habe, der einen relativ neuen Akku hat, eine SSD hat und auf den Mac OS Mavarex lauffähig ist. Also das aktuelle Betriebssystem von Mac OS. Und da kann ich sagen, dass ich mich gar nicht beschweren muss, sondern das voll und ganz begrüßen kann, dass man dadurch auch für relativ wenig Geld ein MacBook bekommt, was gebraucht ist, aber wo man noch viel Spaß haben wird. Weil jetzt Standardfehler bei dieser Version sind mir nicht bekannt. Also das Motherboard, das zählt eigentlich durch. RAM-Regel kann man aufrüsten, Festplatte kann man ausrüsten, Akku kann man, gerade weil er so flexibel ist, auch nachkaufen für ca. 50 Euro. Und da würde ich sagen, für 400 Euro so ein Gerät ist durchaus eine Überlegung wert. Und ihr seht auch, obwohl das so alt ist, hat das wirklich von dem Gehäuse her, der ist es nicht abgenutzt. Auch die Tastatur, hier gibt es keine Abnutzungserscheinung, dass irgendwas abgegriffen ist. Weil eben Apple einfach hochwertig ist, kann man auch getrost ein älteres Modell kaufen. Ja, selbst wenn wir jetzt nochmal das umdrehen und auf die Füße schauen, dann sieht man auch hier, dass es da wenig Abnutzung gibt. Und man könnte jetzt denken, das Gerät ist vielleicht ein, zwei Jahre alt. Aber wenn man überlegt, dass es 2008 rausgekommen ist, dass das Gerät schon fünf Jahre alt ist, da ist das durchaus ein schöneres Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich würde sagen, es ist eine Kaufempfehlung wert. 400 Euro für ein gebrauchtes Gerät. Für die Eltern, alle Male gut. Auch für einen Studenten, der neu mit dem Studium anfängt. Für Facetubed-Stuff, also E-Mail schreiben, Internet und so, alle Male ausreichend. Und man hat App Store und iMessage-Zugang durch macOS Mountain Lion. Ich meine natürlich Mavericks.